Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden-Detten-Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast. Wir nehmen euch auch dieses Mal wieder mit in eine Welt voller Spannung, Spießspiel und Schokolade, weil Schokolade hilft immer, gleich wie Cola, beim Laufen. Das heißt, du schlägst sich auf die Seite von Hannes, Harald? Harald, er hasst immer noch Harald, aber ja. Lasst euch da nichts anderes einreden. Cola ist super. Das Jahr geht zu Ende. Wir Sportler fangen darüber an, wie ist 2022 für uns gelaufen? Haben wir wirklich wieder was ordentlich rausgehauen oder war es vielleicht nicht ganz unser Jahr? Aber dennoch, wir wollen uns für 2023 neue Ziele ersetzen und neue Dinge erreichen. Und deshalb setzen wir schon seit langem vom Laufenden-Detten-Podcast auf AG1 von Athletic Greens. Es ist einfach, es gibt keine mentalen Oberheiten. Ich muss in der Früh nicht irgendwie denken, was kann ich in meinem Körper als Gutes tun, sondern ich nehme 250 Milliliter Wasser, haue mir einen Löffel AG1 von Athletic Greens ins Glas, schüttle das durch, trinke das und nicht einmal 60 Sekunden haben. Da habe ich mir einfach was Gutes getan. Was AG1 von der Masse abhebt, ist einfach, dass es aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanics, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen besteht, die aus echten Lebensmitteln sind. Also nicht irgendein chemisches Zeug, das irgendwie reingepuncht ist, sondern es sind echte Lebensmittel. Und es ist klar, die Basis muss immer eine gesunde Ernährung sein, muss immer ausreichend Sport sein, aber darüber hinaus ist einfach eine richtige Mikronährstoffversorgung ungemein wichtig. Wenn du denkst, das ist genau das, was ich auch brauche, dann kannst du dich jetzt auf athleticgreens.com slash laufend entdecken, ich wiederhole, athleticgreens.com slash laufend entdecken, informieren, AG1 60 Tage lang testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und natürlich kannst du bis zum 1. Jänner warten und dann erst anfangen. Aber 1. Jänner ist auch noch ein Datum. Der beste Zeitpunkt, um eine tolle Routine zu starten, ist immer jetzt und ist immer sofort. AG1 besteht, wie gesagt, aus 75 Inhaltsstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen, die aus echten Lebensmitteln sind. Also exklusiv für unsere Hörer, das Laufend Entdecken Podcast, gibt es zusätzlich einen Jahresverrat Vitamin D3 und K2 und 5 dieser wirklich, wirklich praktisch Trail Packs. Das heißt, wenn du bei deinem nächsten Rennen bist, kannst du dir sicher sein, dass du deine Routine nicht unterbrechen musst, sondern nimmst diese Trail Packs mit und hast AG1 immer bei dir. Also jetzt gehen auf athleticwins.com slash laufendentdecken und 2023 kann dein Jahr werden. Und wir werden euch heute wieder mit viel Weisheit beglücken. Das heißt, ihr wisst es schon, wenn wir sowas sagen, haben wir jemanden bei uns, weil mit unserer Weisheit kann man überhaupt niemand irgendwie beglücken. Aber bevor wir das tun, würden wir euch dazu einladen, dass ihr uns auf Apple Podcasts, auf Banoptikum.io, auf Spotify bewertet und ein Review-Doll aus, dass ihr uns irgendwie über Patreon und Steady unterstützt, weil wir finden das toll und ihr vielleicht auch. Und dementsprechend tut das. Wir sind ich, hallo, und der andere. Servus, deine. Servus. Und wie wir es schon angekündigt haben, oder ich jetzt gerade vor irgendwie einer Minuten, haben wir uns noch jemand eingeladen, und zwar der Diana. Die Diana Zavica ist, ich glaube, ohne zu übertreiben, eine der ausdauerndsten und schnellsten Ultraläuferinnen, die so in Österreich über die Straßen fegt. Seit Jahren mittlerweile. Und sie ist geboren und aufgewachsen in Lettland, ist dann nach Österreich gekommen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum man von Lettland im Zehnten nach Wien zieht. Also das sind Dinge, das muss ein ganz dunkler Klappfahrt im Leben gewesen sein. Ich muss hier mal die Stange halten für den Zehnten. Das ist der beste Wiener Gemeindebezirk. Ich habe 30 Jahre lang dort gewohnt. Du hast absolute richtige Entscheidung getroffen. Gratulation. Ja, und sie ist vortragende Laufcoach, Läuferin und hat einen umfangreichen Erfahrungsschatz, weswegen sie sich auch damit selbstständig gemacht hat, worauf wir später noch zurückkommen. Und wenn sich jemand berufen fühlt, ihre Webseite anzuschauen oder die DOV-Statistik oder so und einmal durchzuschauen, was da so an einer Liste von, ich würde jetzt nicht sagen Ergebnissen, sondern eine unglaubliche Liste, die auf Folge steht. Das ist schon, also manch einer, der in Pension geht, hätte gern so eine lange Liste und sie ist von der Pension halt noch echt weit weg. 100 Kilometer Weltmeisterschaften dabei gewesen. Racercross Burgenland, Streckenrekord, 100 Kilometer lang Enzersdorf gewonnen, den Wien rund um Adum, die Damenwertung gewonnen, 24 Stunden DOV-Challenge in lettischen Nationalrekord mit 228 Kilometer oder 229 Fost in 24 Stunden aufgestellt. Zweimal Spartathlon-Gewinnerin, abseits der Straße, weil man kann ja nicht nur das eine machen, in Kat 100 gewonnen, also die 91 Kilometer in Wörthersee Ultra gewonnen, bei den World Trail Championships in der Nationalmannschaft gewesen. Wenn einer von uns nur eins davon gewonnen hätte, würde man schon glücklich und zufrieden abtreten können. Und dann sagt sie, sie ist keine Bestzeitenjägerin. Das ist ein bisschen komisch, da hätte ich dann auch noch ein, zwei Fragen dazu. Aber zuerst grüß dich. Es freut uns sehr, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Es freut mich auch, da zu sein und anzuhören, was ich alles gemacht habe, weil ich die Hälfte davon habe ich schon vergessen. Du machst so viel. Du liest das so lange, da braucht man allein schon Ausdauer, damit man dazuhören kann. Ja. Ja, das stimmt. Dabei läufst du noch gar nicht so lange, weil deine Story, wie du zum Laufen gekommen bist, ist ja auch interessant. Du bist ja keine, soweit ich das gelesen habe, keine Dame, die gesagt hat, ich laufe mein ganzes Leben lang schon. Ich bin schon auf der Bahn unterwegs gewesen und bin halber Radon und Marathon schon in der Jugend gelaufen. Sondern du bist nach Wien gekommen und hast dann erst zum Laufen begonnen. Ja, das stimmt. Zum Laufen in Wien begonnen, weil das Einfachste damals war, was man so sportlich tun könnte. Die ersten ein paar Jahre etwas gelaufen, dann mit Verletzungen gekämpft und dann wieder angefangen. Also bin weitergelaufen und dann, ich glaube, jetzt die letzten fünf Jahre so auf Ultra gestiegen. Ja. Mit Ultra angefangen. Ja. Aber du hast ja auch nicht, du hast ja auch relativ schnell angefangen. Also dein erster Halbmarathon war ja in 1,38. Das läuft mir auch nicht einfach mal so nebenbei. Also du warst ja von Anfang an noch relativ zügig unterwegs für Otto Normal Mensch jetzt. Stimmt's? Ja, anscheinend. Das wusste ich aber damals wirklich nicht, dass ich so zügig unterwegs bin. Als ich nach Wien kam, ich habe im 16. Bezirk gewohnt, da oben, wo die U3 ist, auf der Klingelstraße. Und ich bin einfach so die Hügel hinauf runtergelaufen, ohne wirklich das Pech zu beachten, weil ich wusste ja auch nicht, was das Pech wirklich ist. Und ja, kurz danach bin ich dann an den ersten Halbmarathon gelaufen und war selber überrascht, dass die Zeit eigentlich so gute Zeit ist, weil ich wusste damals wirklich nicht die Zeit und was das alles bedeutet. Ich bin nur so, ich gehe heute 40 Minuten, morgen 45 Minuten zu laufen und wirklich nicht beachtet, ob ich schnell oder langsam unterwegs bin. Es war mir nur wichtig, draußen zu sein und mich ein bisschen auszubauen, damit ich das Rauchen aufhören könnte, dass das Verzugsfarbe da war. Wie oft warst du dann laufen? Also bist du dann jeden Tag laufen gewesen? Gerade wenn man zum Rauchen aufhört, das Rauchen macht man ja quasi jeden Tag. Und wenn man sich davon ausbauen will oder ablenken will, dann hast du dann auch wirklich dann jeden Tag dich ausgebaut oder hast gesagt, nein, ich gehe dreimal die Woche laufen oder viermal oder wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass ich definitiv mir geraucht habe, als ich gelaufen bin, weil meine Tage damals haben ziemlich schrecklich ausgeschaut. Also ich bin so 15 Euro aufgestanden, eine geraucht, dann laufen gegangen, wieder zurück, eine geraucht mit meinem Kaffee. Und dann, ich habe dann damals im Steffel gearbeitet, im ersten Bezirk. So, ich bin die acht Kilometer zu Fuß in die Arbeit noch gegangen, damit ich noch ein bisschen mehr rauchen kann. Und weil in der Arbeit war es nicht erlaubt. Und ja, und dann wieder nach Hause. Und ja, ich denke, wahrscheinlich waren die so drei-, viermal der Woche die Laufeinheiten, die ich damals absolviert habe. Aber ohne wirklichen Ziel oder was so. Weil ich kann mich noch heute erinnern, wie ich dann im Regen in die Ottergringerstraße damals gelaufen bin und meine ersten 15 Kilometer absolviert habe. Ich war so oberglücklich. Ich bin dann, ich habe dann angehalten und habe mich entschieden, den Halbmarathon zu laufen. Und auch ohne wirklich Zeitziel, weil ich, also ich wusste, dass der Halbmarathon im Prater ist flach. So, ich hatte keine Ahnung, was ich dann wirklich flach laufen kann, weil ich bin immer nur so hugelig gelaufen. Also nicht gezielt, aber weil da ein anderes nicht war in der Umgebung, wo man so laufen kann. Was hast du dann getan? Also quasi so, du laufst jetzt dann, kommst drauf, hoppala, weil mit 1,38 bist du ja auch irgendwo relativ weit vorne sogar. Also jetzt nicht ganz vorne, aber auch durchaus weiter vorne. Hast du nachher gedacht, okay, da geht noch was? Oder war das einfach so, ah ja, gut, kann ich, passt. Also was war dann, wie ist es dann weitergegangen? Bist du einfach nur trotzdem einfach nur weitergelaufen oder hast du dann irgendwann Ehrgeiz entwickelt? Eigentlich, da war kein Ehrgeiz nach dem Lauf. Da war nur diese Freude, bei einem Wettkampf dabei zu sein und zu absolvieren. Ich war so, ich war richtig glücklich, dass ich einen Wettkampf absolviert habe, weil das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, war so in der Schule, noch als ich so 14, 15 war, wo man dann in der Schule mit der Klasse gegen anderen etwas gemacht hat, also irgendwelchen Wettkampfs, egal welchen. So ja, ich habe wieder dieses tolles Gefühl gehabt, so mit jemandem nicht zu messen vielleicht nicht, aber sondern einfach da zu sein und diese Energie zu spüren, so wie in der Schule. Ja. Aber dieses Glück am Laufen, das zieht sich ja bei dir relativ durch, durch deine Laufkarriere. Das kommt immer wieder mal vor, wenn man deinen Blog liest. Ist das was, was du glaubst, warum du dann wirklich so auf das Laufen auch so ein bisschen reingekippt bist und ja dann noch weitaus länger gelaufen bist als der Halbmarathon? So viel kann man ja schon spoilern. Du, damals nach dem Halbmarathon, da waren noch ein paar Lauffreunde von mir, die 28 Kilometer gelaufen sind. Ich glaube, das war auch in dem Rahmen und ich weiß ganz genau, dass ich mich damals die Leute bewundert habe. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, so noch weiter zu laufen. Und ich habe mich dann in die Trailrunning Vienna Gruppe angeschlossen und ich bin immer mit denen gelaufen und irgendwann habe ich verstanden, dass ich kann was. Ich kann was mehr, was ich denke. Und dann habe ich mich entschieden, für den Marathon weiter zu trainieren. Und dann irgendwann, im Training für den Marathon habe ich verstanden, dass es auch mit dem Rauchen nicht mehr geht, weil ich nicht so gut atmen kann. Und das habe ich aufgehört. Und nach meinem ersten Marathon, wo ich auch noch, ich habe wirklich keinen Plan gehabt für den Marathon, muss ich ehrlich sagen, dass so vier Wochen vor dem Marathon hatte ich plötzlich die Idee, dass ich doch im Internet was anschauen sollte, wie man dann sich für den Marathon überhaupt vorbereitet. Ich hatte dann diese ein paar Wochen, wo ich die langen Einheiten auch gemacht habe, nach irgendwelchem Plan, den ich im Internet gefunden habe. Und ja, und den Marathon habe ich mich entschieden, für unter 3,30 zu laufen, weil jeder im Internet geschrieben hat, dass es eine tolle Zeit ist und jeder möchte dieses Ziel erreichen. Und ich dachte, wenn die das alle wollen, dann soll ich auch so machen. Und in der Wachau bin ich dann meinen ersten gelaufen. Ja, es war richtig cool. War ich ja dann drunter mit 3,28. Also das war ja auch da ziemlich zügig. Und auch da wieder diese Unbeholfenheit oder ich weiß nicht, diese Naivität klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber das heißt, einfach mal reingelaufen. Nein, 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 nein. Es war wirklich, nein, wie du sagst, das war das, weil für mich war das okay, jetzt muss ich dann einen Fünfer-Schnitt laufen, denke ich. Ja, ja, dann laufe ich das jetzt. Und ich habe das Ding richtig vorsichtig angefangen und ich habe mich immer gehalten, das muss ich jetzt so laufen, jetzt muss ich mein Geld nehmen. Okay, das habe ich gelesen, das muss man so machen. Und dann habe ich auf den Mann mit dem Hammer gewartet, der ist nie gekommen, das habe ich mich gewundert. Okay, was reden Sie da sofort? Ja, natürlich. Der Mann mit dem Hammer ist ja auch 3,30 gelaufen. Der hat dich einfach nicht erwischt. Der kennt sich in der Wachau auch nicht so gut aus, der ist da irgendwo über ein Cremesfallschappung. Der ist im Tunnel stecken geblieben mit seinem Hammer. Das denke ich auch. Aber nach dem ersten Mal, dann habe ich gesagt, nie wieder. Das schon. Also als ich zu Hause dann auf meiner Sofa lag, ich war so, das will ich nicht mehr. Das war doch anstrengend. Wobei, bist du danach nochmal einen Marathon gelaufen? Gezielt einen, das war in Hamburg. Ja, in Hamburg. Der hat mir nicht gut gefallen und dann wollte ich auch nichts mehr. Sonst hätte ich mir gedacht, das hätte auch gepasst. Du bist kein Marathon mehr gelaufen, sondern nur mehr Ultras. Mein Marathon kann ja jeder. Einen wollte ich dann danach noch gezielt laufen, weil alle immer ihr fragen, ja Marathon kann ja jeder. Der Wien rund um und um, war dann da quasi die Initialzündung für dich? Das war das Breaking Point für mich für Ultras. Also, dass ich dann, also, wie in Rundumadum war es so, dass ich habe mich auch damals die Naive entschieden, dass ich jetzt einen 6er Pace laufen werde. Ich wusste nicht, was das wirklich auf der Strecke bedeuten wird, weil eine meiner Freundinnen, eine erfahrene Ultrasläuferin, die ist dann so gelaufen, geplant, um zu laufen. Und ich dachte, ja, ich bin nicht wirklich schlechter als sie, nur weniger Erfahrung. Und ich habe mich damals entschieden, das Ganze, wo flach ist, mit 6er Pace zu laufen, die ganzen bergauf nur zu gehen und das bergab, ja, wie eine Verrückte quasi runter zu fliegen. So habe ich damals auch gemacht. Und ich habe nach dem Lauf verstanden, dass ich eigentlich eine Wahnsinnige bin, weil ich habe etwas geschafft, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich sowas in so einer Zeit schaffen könnte. Weil nur nach dem Lauf habe ich verstanden, dass es eine verdammt gute Zeit ist, dass ich gelaufen bin, vor dem Lauf, obwohl ich wusste, welchen Pace ich laufen werde. Es ist mir nie vorgekommen, dass es jetzt ein gutes Ergebnis wird. Ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich, was man so läuft. Und nach dem Lauf war ich selber erstaunt, dass ich sowas machen kann und noch so schnell machen kann, wie man das dann sehen hat. Ist das, weil du gesagt hast, der 6er Pace im Flachen, ist das für dich eine Wohlfühl Pace, wo du sagst, ein 6er Schnitt auf der Ebene ist quasi regenerativ. Also das kann nicht quasi gefühlt ewig laufen, ohne dass ich jetzt irgendwann quasi sterbe oder so? Viel zu langsam. Es war schon damals viel zu langsam für mich, weil ich habe mich wirklich zurückziehen müssen, nicht schneller zu laufen. Also das war wirklich ein Gefühl zu langsam für mich. Aber ich bin ein sehr disziplinierter Mensch und wenn ich mir etwas vorsage, das ist genauso wie es. Ich bin ganz genauso und ich mache das nach einem Plan, weil für mich das ist sehr wichtig. Weil wenn ich mich nicht auskenne, was ich kann, dann bin ich lieber vorsichtiger. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann kann ich mit Überzeugung sagen, dass eigentlich viele Wettkämpfe, die ich gelaufen bin, ich bin viel langsamer gelaufen, als ich die eigentlich laufen könnte. Da ist meistens viel mehr drinnen gesteckt, also gewesen. Ich habe mich immer zurückgezogen, weil ich wollte nie einen Wettkampf, einen Horror bei einem Wettkampf zu erleben. Du hast nie irgendwie zu schnell begonnen oder hast gesagt, okay, also was weiß ich, du bist jetzt schon vielfach 100 Kilometer gelaufen, 12 Stunden gelaufen, oder irgendwas in die Richtung, wo du auch gewusst hast, also mittlerweile auch gewusst hast, was auf dich zukommt. Und du bist trotzdem so distribuiert rangegangen, dass du gesagt hast, okay, das kann nicht laufen und ich bin jetzt nicht zu schnell und musste mich zurücknehmen. Gerade bei so einer, weiß ich nicht, 100 Kilometer WM oder so, dass du dich mitreißen lässt. Die WM, die ich heuer gelaufen bin, den 100 Kilometer, das war eine Vorbereitung für Spatathlon und es war gezielt so zu laufen, als ich gelaufen bin. Die war sogar ein Schnitt bisschen schneller, als mein Trainer mir gesagt hat, zu laufen, aber es hat sich schon gut angefühlt, so gesehen. Aber ich habe ganz viele Wettkämpfe und sogar der erste Spatathlon, wo ich dann ins Ziel einlaufe und sage, okay, und jetzt, ich kann aber weiterlaufen. Es sollte ja nicht so sein. Und auch nach dem Sevilla-Marathon im Februar, dass ich gelaufen bin, also ich könnte noch 10 Kilometer in dem Pace weiterlaufen. Das heißt, ich habe ja nicht alles gegeben, weil das dürfte nicht so sein, dass man danach im Ziel gleich sagt, ja, es ist mir drinnen gewesen. Es ist dir noch nie quasi passiert, dass du irgendwie gesagt hast, im Ziel war wirklich, das war's? Du hast immer noch Reserven gehabt, jetzt da, bis jetzt da? Ich bin sehr verwirrt. Das ist mir heuer beim Spatathlon passiert. Also dieses Jahr beim Spatathlon war am Ende Ende? Das war das Ende, ja. Das war Ende, 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 Bevor wir so weit kommen, würde mich eins noch interessieren. Du hast dir am Anfang gesagt, dass du dir selbst überlegt hast, nach vier Wochen vor dem Marathon und dann dir eigentlich mal so nach einem Plan dir was überlegt hast. Du hast dir vorher auch erwähnt, dass du mittlerweile einen Trainer hast. Ab wann hast du dann realisiert, dass du vielleicht der externe Hilfe holen musst und warum dann eigentlich? Also was waren die Beweggründe, dass du sagst, das brauche ich jetzt? Das war dann in 2020, als ich dann, ich habe mich, ich denke, das war 2020, als ich mich für Spatathlon qualifiziert habe. also die WM in 24 Stunden Lauf, damals habe ich mich für Spatathlon qualifiziert und als ich dann den Platz bekommen habe, für Spatathlon 2020, was dann nicht passiert ist, weil, Pandemie, und dann habe ich mir gesagt, okay, das kann ich nicht allein, so einen Wettkampf zu rennen. Ich habe nicht genug Erfahrung und wenn ich sowas laufen werde, dann muss ich einen guten Trainer haben, der für mich sorgt und mich dafür vorbereitet. Es war mir eigentlich bis auch dahin schon klar, dass ich meinen Körper mir kaputt mache, als etwas von mir, also dass ich mir nicht gut tue mit meinen eigenen Trainingsplänen, weil ich mich gar nicht auskenne und das war die Überlastung meistens, weil man will mehr machen, weil man denkt, dass man mehr machen muss, damit man ein besseres Ergebnis bekommt. Ist aber nicht so. Wirklich nicht so. Das heißt, du hast jetzt wirklich relativ spät mit 2020 dir quasi jemanden zur Seite geholt und hast aber vorher ja wirklich schon viele Dinge gemacht, also auch schon 24-Stunden-Geschichten und also wirklich lange, lange Läufe, wo man sagt, okay, das macht man ja, also das machen ja viele Leute nicht, die sagen, ich mache einen Marathon, ich laufe vielleicht einen Ultra mit 60 Kilometer oder ich laufe einmal so einen, ich probiere mal, kann ich zwölf Stunden laufen und das war es dann. Das ist aber dann eh schon, das machen schon ganz wenige, aber du bist ja dann in das wirklich hineingekippt und was mich ja dann auch sehr gewundert hat, weil viele, die diese 12-Stunden-Läufe machen oder 100 Kilometer, laufen dann nur Straße und du bist aber am Wörthersee-Ultra gelaufen, du bist beim Kitzbühler-Eilbein gelaufen, also du bist ja auch am Trail unterwegs gewesen, zumindestens bis 2019, dann nicht mehr. Macht dir beides gleich viel Spaß oder war das nur zum Ausprobieren? Also wie war da dein Weg von ich laufe einmal einen Marathon bis ich nehme einen Trainer, ich will den Spartathlon laufen, also zu dem muss man ja mal kommen, zu diesem Gedanken. Ja, die sind die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich soll zu sagen, ich liebe Berge, ich würde so gerne Trail laufen, aber mit deiner Vollzeitarbeit und in Wien leben, es ist, man kann es schon machen, ich habe das ja schon gemacht, die Trail und so, aber dann mit Anfang Pandemie, das war, wie du gesagt hast, mit 2019, weil 2020 kam ja die Pandemie und das war das auch, ich habe aber bis dahin beides wirklich genossen, ich könnte mir nie entscheiden, was ich lieber laufe, als Salz, Flach oder Trail. Ich mag beide. Ich fühle mich aber super wohl auf den Bergen und dann kam die Pandemie und ich könnte nicht, meine Tochter, ich bin Alleinerziehende, ich könnte sie wirklich nicht für lange Stunden allein in der Wohnung lassen, weil man wusste ja damals nicht, was das alles ist und wer weiß, ich bin krank und ich bin nicht da. So, ich habe angefangen, einfach meine Läufe von Tür hinaus zu erledigen und ich bin nur an die Straße gelaufen, weil einfach die Möglichkeit und ich glaube, damals war ja auch längere Zeit sogar verboten, auf dem Berg was zu machen wegen Einsatz und Spitzele oder was auch immer, wie ich mich erinnern kann. Da war was. Egal, also mit Anfang der Pandemie bin ich komplett auf die Straße umgestiegen, weil das einfach bequemer war und so mit dem Ganzen, was da in die Welt gegangen ist, herumgegangen ist. Ja, ich vermisse Berge, ich vermisse Trails. Das ist ja also, es ist jetzt da, dass es jetzt die letzten drei Jahre quasi so stark straßenfokussiert ist, ist quasi dem geschuldet, dass es jetzt einfach schwierig war, auf den Trails zu laufen. Du würdest das gern trotzdem tun. Okay. Aber gibt es dann, wenn du sagst, das mit der Pandemie macht dir jetzt wieder einfacher und die Lockerungen sind jetzt wieder, man vergisst teilweise, dass das auch schon eine Pandemie ist oder war, findest du, glaubst du, dass du wieder den Weg zurück findest oder bleibst erst einmal bei der Straße? Ja, jetzt habe ich kein Auto mehr. Mein Auto wurde gecrasht dieses Jahr im Februar, so ich kann nicht mehr so einfach zu den Bergen fahren. ja, ich denke, ich bleibe momentan noch immer auf der Straße, ja, mit Gedanken auf den Bergen zu sein, aber ja. Vielleicht gibt es irgendwo mal eine 24-Stunden-WM, die auf einer Laufbahn ist, wo irgendwo Berge in der Nähe sind, dann hast du irgendwie beides das Besten aus beiden Welten oder so. Du, ich habe einen Berg auf meinem Bein mit einem laufenden Mädel tätowieren lassen, und so. Ich schaue mir da öfters auf meinen Bein hin und ja, das ist meine so Beruhigung von meiner Seele. Also ich dachte schon, du hast den Favoriten irgendwo einen Berg gefunden, den noch keiner gefunden hat, aber das, nein, dann ist er der Fuß. Aber was mich noch immer fasziniert ist, wenn wir so Richtung Spartathlon abbiegen, wie kommt man von diesen 12-Stunden-Läufen oder auch 100 Kilometer, also 100 Kilometer WM in Prater oder in Berlin ist ja eine Geschichte, aber war dieser Spartathlon irgendwie so erinnernd, dass du gehört hast und sagst, ja, da will ich mitmachen oder ist es passiert? Es ist passiert, dass bei einem 12-Stunden-Lauf von mir, wo mein Laufkollege damals dabei war, 24 Stunden, wir sind dann damals in der Schweiz gelaufen, in Basel, und wir haben so mit einem englischen Läufer geplaudert und er sagte, er ist da, für Spartathlon sich zu qualifizieren und ich habe ihn so gefragt, was ist denn das Spartathlon und das war 2019 Mai und er hat es dann erzählt und ich dachte, bist du wahnsinnig, was macht er? Und dann hat er die Hitze und so und so und ich dachte, das gibt es nicht. und damals in Basel hat es noch geregnet und ich liebe ja beim Regen zu laufen und ich habe es immer gern gehabt, beim Schlechtwetter zu laufen, wenn es kühler ist, Regen oder Schnee, egal. Was ich aber wusste, dass ich nicht bei der Hitze laufen kann, ich hatte schon ein paar Läufe, wo ich bei der Hitze dabei war und ich war total unbrauchbar, also total schlecht. Das könnte sich nicht auswarten. Damals hat mir die Idee fasziniert, so ein langer Lauf, wie kann ein Mensch überhaupt so etwas machen, noch bei der Hitze und so und ja und dann habe ich mir irgendwie zu Hause überlegt, dass vielleicht, weil ich weiß, dass ich eine starke Läuferin beim schlechten Westerverhältnis bin, vielleicht sollte ich doch auch eine starke Läuferin bei Hitze werden, weil wir können ja nicht das Wetter so aussuchen am Wettkampftag, was so wird, so ich dachte, okay, vielleicht die Schwäche sollte ich zu meiner Stärke machen und dann als ich dann ein paar Monate später bei der Weltmeisterschaft dann mich verspartet und qualifiziert habe, es war mir klar, dass ich den Lauf machen werde, weil auch bei diesem Lauf bei den Weltmeisterschaften es war 20 Grad plus und es hat mich sozusagen umgebracht während des Laufes, weil ich habe viel übergeben müssen, mir war es so übel von der Hitze und so weiter und ich dachte, es muss sich ändern und ich werde es spartes machen müssen, ich werde es trainieren müssen, damit ich bei der Hitze laufen kann. Das war der Hauptgrund, warum ich überhaupt spartes London überlegt habe. Ich wollte mich einfach so eine starkere Läuferin machen, damit ich bei allen Wetterverhältnissen gut laufen kann und es genießen kann eigentlich und keine Panik da ist, wenn es heiß ist und so weiter. Wenn du sagst, das war dann für dich gesetzt, du willst da jetzt mitlaufen und dann sollten es vielleicht einmal allen, die es nicht kennen, erklären, was der Spartathlon ist, also so von den Rahmenbedingungen der Spartathlon ist. Viele Leute glauben ja, dass der Marathon das Nonplusultra war mit der Überlieferung von Booten und so weiter, aber eigentlich war es die Geschichte vom Spartathlon, dass eben der Bote während der Berserkriege von den Athenern nach Sparta geschickt wurde, um Hilfe zu bitten bei der Schlacht von Marathon und der Lauf war nicht 40 Kilometer lang, sondern slightly langer, so um knappe 200 Kilometer, damit nichts sein kann und Anfang der 1980er, ich glaube 1982, haben das zwei oder drei Leute versucht zu rekonstruieren, diese Strecke, die damals gelaufen sein hat müssen, keine Ahnung und das waren dann die 246 Kilometer, die ja jetzt lange ist und es gibt irgendwie Rahmenbedingungen, du musst qualifizieren einmal dafür, ich weiß nicht, ob es ein Teilnehmerlimit gibt, also ob sich mehr Leute qualifizieren als dann teilnehmen dürfen, das weiß ich gar nicht oder ob es eh so wenige sind, die sich da qualifizieren, du musst innerhalb von 36 Stunden finishen, also das ist das Timerlimit so 36 Stunden, wobei ich wieder nicht weiß, ob es dazwischen Cut-offs gibt, dass man sagt, wenn du um diese und jene Zeit nicht da und da bist, dann kannst du gleich den Bus nehmen. Ziemlich harte Cut-offs mit Guillotine oder du musst aussteigen? Ja, Guillotine. Oh, hervorragend. dann sind die 50% Ausscheidequote auch schlimm. Die Steine standen dann nie wieder. Und es gibt also der Rekord liegt glaube ich bei 20 Stunden irgendwas und der Frauenrekord liegt bei knapp unter 25 Stunden und du bist 2021 bist du dann gestartet und bist es in 21 Stunden 20 oder irgendwas in die Richtung ins Ziel gekommen 25 Stunden 24 so irgendwas Details und dieses Jahr bist du dann nochmal gelaufen und bist dann nochmal 20 Minuten schneller gelaufen und war es knapp über 25 Stunden also zweitschnellste jemals gelaufene Zeit wenn ich es jetzt da richtig so zusammengefasst habe zwei kurze Randnotizen was ich weiß es gab auch eine Zeit lang du durftest nur drei oder vier Mal teilnehmen oder drei oder vier Mal ausscheiden bevor du dann nie wieder teilnehmen durftest das habe ich mal in einem Film gesehen ich weiß nicht ob sie das nicht mittlerweile auch abgeschafft haben das war nicht ein Film aus einem Ungarn der das der unbedingt finischen wollte viermal dreimal ausgestiegen ist und dann eigentlich nicht mehr teilnehmen durfte egal und funny story ich weiß nicht ob sie war ist aber ich habe es mal gelesen warum der Marathon eigentlich 42 195 Kilometer lang ist der war früher mal so 38 mal so 40 immer was anderes bis bei der Olympiade glaube ich war es 1908 die in England war wo sie es dann genauso lang gemacht haben damit er genau vor der Queen endet und deswegen ist er so lang wie er lang ist bei dem sind sie dann einfach geblieben und deswegen waren es die 42,195 über die man ja mittlerweile nicht drüber hinauflassen darf sonst ist man ein Verrückter das heißt wenn man an der Queen vorbeilauft ist man einfach verrückt das höre ich daraus ja das ist richtig aber zurück zum Spartathlon du kannst uns sicher mehr dazu sagen wie das ist mit diesen mit den Cut-Offs mit wie viele Leute teilnehmen dürfen oder teilnehmen also wie kann man sich den Lauf vorstellen weil das ist ja kein Massenlauf das ist wirklich kein Massenlauf ich bin aber auch nicht so gut mit Zahlen es gibt so 300 Stadtplätze und irgendwie von jedes Land ist eine limitierte Anzahl an die Plätze und die meisten Stadtplätze bekommen Japan und Deutschland und Griechen natürlich und dann die anderen Länder ja dann gibt für die anderen Länder gibt es weniger Plätze und eigentlich die Läufer die Sparte und laufen möchten sind ganz viele weil wenn man sich qualifiziert heißt das noch nicht dass man wirklich drinnen ist weil da gibt es dann auch Lotterie ja es gibt schon viel mehr als 300 Leute die laufen möchten aber nicht alle die kommen dann die Plätze und dann gibt es die Wartelisten die nicht die Plätze bekommen haben ok das ist so wie beim UTMB oder beim Backyard Badwater dass man sagt es gibt ganz ganz viele die rein wollen und das ist dann das ist wirklich so ein Highlight wo man sagt gibt es da auch so ein Kontingent von Leuten die fix qualifiziert sind oder ist es eine Lotterie wo alle reinkommen es gibt schon auch ein Kontingent die fix qualifiziert sind ich weiß nicht wirklich was man da laufen muss aber da muss man wirklich sehr sehr gute Zeiten haben bei irgendwelchen Olzen wenn man fix qualifiziert ist warst du fix qualifiziert für dieses Jahr weil du letztes Jahr gewonnen hast für dieses Jahr ja ich habe meinen Platz automatisch bekommen das erste Jahr war ich nicht auf der Liste am Anfang mein Name ist dann nur ein paar Wochen danach auf der Liste erschienen ich eigentlich dachte ich am Anfang ich habe gar keinen Platz bekommen ja und wie ist es dann beim Lauf also du laufst in Sparta weg und laufst nach Athen umgekehrt natürlich ja natürlich umgekehrt weil du willst ja natürlich die Spartaner um Hilfe rufen und nicht ja alles klar ich finde es gut dass du die Frage selbst beantwortet hast es ist mir während ich gesagt habe aufgefallen dass es schwachsinnig war andersrum das heißt du läufst in Athen weg und Athen ist ja im Vergleich zu Sparta größer und imposanter ist das auch ein sehr beliebter Lauf wenn du dort weg laufst also ist da wirklich Brimborium und 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 Pompongloria oder ist es einfach irgendwelche Leute laufen da jetzt weg und gut ist naja der Staat ist ja akropolisch und da sind schon Menschen auch in der Früh die dann anfeuern und so weiter aber wenn man dann aus der Altstadt raus sieht die Autofahrer die freuen sich sicherlich dass sie stehen bleiben müssen aber das ist irgendwie so ein sehr schönes Gefühl doch da durch zu laufen es ist auch nicht von der von der Umgebung super wunderschön weil es ist doch ziemlich mit Gas befüllt alles und so und ein bisschen hektisch auch weil die Straßen dort sind wirklich voll mit Autos aber die Polizei ist da und dann ja man läuft einfach raus aber so dass die Menschen dann auf den Straßen wirklich stehen anzufreuen wenige aber dann die sind schon sehr bewundert und die wissen was wir da machen ja und ja wünschen uns Glück sozusagen und 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 beim Straßen Ultra ist es ja oft so also was man jetzt so kennt vom 12 Stunden Lauf oder von irgendwelchen Läufen die im Kreis gehen oder irgendwas in die Richtung oder auch beim Badwater dass ja die Läufer und Läuferinnen quasi nichts mithaben sondern da ist ein Verpflegungsfahrzeug oder wer auch immer die Vorfahren oder bei jeder Runde hast du deine Verpflegung wie ist es beim Sportathlon beim Trail laufen hast du ja den Rucksack quasi mit und eigentlich trägst du die ganze Zeit dein Überlebenspackage selber hast du das dort mit oder bist du dort voll betreut oder wie ist es dort also man darf beim Spartathlon Betreuer haben nicht auf alle Verpflegungsstationen aber man darf sie haben das kostet ziemlich viel Geld eigentlich viele haben auch auch Betreuer nicht aber ja die Verpflegungsstationen beim Spartathlon sind so drei bis fünf Kilometer entfernt und wenn man so am Anfang bedenkt was ich auch gedacht habe das ist ja ein Unsinn eigentlich aber nach der Hitze heuer es ist richtig gut dass die Stationen so nah bei anderen sind weil wenn man bei einer Station ist und 20 Stück Eis zu sich nimmt zur nächsten Station ist das schon Wasser aus alles geschmolzen und so weiter ja aber die die eigenen Betreuer die dürfen das erste Mal ich weiß gar nicht mehr beim Kilometer 18 oder oder sogar nach einem Marathon nach dem Marathon das erste Mal dort zu sein man darf aber auch bei jeder Station seine Verpflegung schon voraus hinschicken sozusagen du kannst es so machen wie bei einem Marathon quasi dass du sagst ich habe meine Eigenverpflegung ich hätte bitte gerne das 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 bei dem und dem bei der und der Verpflegungsstation ah ok ok das klingt das klingt gut so viele Läufer die laufen auch mit Rucksäcken und so ich mag das nicht ich bin so eine 24 Stunden Läuferin wo wenn man die Runde läuft man hat nichts ich habe immer mein Softplatz mit und ein kleines Gurt wo ich Handy oder Papier oder was auch immer aber sehr wenig Sachen mit mir habe ja aber grundsätzlich ähm grundsätzlich Betreuer oder Dropbacks ähm hinausschicken damit man alles da hat ja und die Verpflegungsstation dort die haben auch alles und die die Leute dort die sind sehr sehr hilfreich auch ok ähm 36 also für die die Distanz also knappe 250 Kilometer also sechs Marathons hintereinander ähm ist ja viel von der von der Distanz aber es sind ja auch sehr 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 viele äh Verpflegungsstationen dann ähm sind das sind das quasi dann so wie soll ich mal sagen so äh rotierende Verpflegungsstationen weil ja du gesagt hast das sind sehr enge Cut-offs dass die dann schon zusammenpacken und wissen okay die Läuferinnen die vorbeikommen die müssen innerhalb von keine Ahnung ein paar Stunden da gewesen sein weil dann sonst da sind es eh schon spät dran und dann wird schon abgebaut und die die dann abbauen fahren quasi wieder nach vorne und machen Station 4 9 14 20 und so weiter weil das sind ja sehr sehr viele Stationen die du hast ja ich denke dass die ersten Stationen nachdem die abgebaut haben die die bewegen sich sich dann nach vorne und sonst sonst braucht man wirklich ganz viele Leute ja eben drum weil du brauchst sonst da eine Hundertschaft an anderen Betreuern aber manchen der Betreuer kann man sich nicht beschweren beim Sparte sondern wirklich die die organisieren das wirklich toll ja ist das auch irgendwie mittlerweile nachdem das jetzt seit 1982 also jetzt da war es die 30ste Austragung na wahrscheinlich war es die 29ste weil es ein Jahr nicht stattgefunden hat ja natürlich die 40ste ja natürlich ich und Zahlen das heißt das hat sich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile schon zu einem lokalen ja einer Institution quasi hoch gehievt es ist nicht mehr irgendwas wo man sagt ah ja da laufen irgendwie ein paar Wahnsinnige die Straße entlang das war wahrscheinlich Anfang 1990er so und nach 30 oder 40 Jahren sagen sie dann ah ja das gehört zu dem das ist schon eine eigene Institution quasi das auch ja das ist ganz groß in Griechenland aber ich würde nicht sagen dass alle Griechen wissen was das wirklich ist weil wenn ich nach dem Spartathlon irgendwo in einem Lokal essen gehe als ich gegangen bin und dann sage ich ja ich bin ein bisschen zu viel gelaufen weil mich wird dann gefragt warum ich so müde bin und sie sagen dann was bist du gelaufen ich sage Spartathlon oh ja okay na die wissen nicht alle Griechen wissen was das ist und ich habe auch eigentlich Griechen gefragt wie sie das sehen und sie sagen weißt du was Diana und das ist eigentlich egal die ganze Geschichte aber es gibt auch viele die das wissen Spartathlon das ist ja fast so lange wie ein Marathon ja nee also es ist ein großes Land natürlich da mehr Richtung Sparta die wissen alle was das ist aber wenn man immer mit jemandem drüber springt dann nicht wirklich alle wissen was das ist aber muss man ja auch nicht das stimmt das stimmt naja es ist ja so ähnlich wie beim Trail laufen wo du sagst ja Leute die in Schamonie wohnen die werden mittlerweile schon wissen was Trail laufen ist aber irgendwo in den Alpen wo du halt auf jeden Berg rauflaufen kannst die sagen ja bei uns hat das halt wandern oder berglaufen geheißen und das schon die letzten 100 Jahre das ist ja lieb dass ihr das jetzt anders nennt aber eigentlich was was wenn du wenn du wenn du den lauf angehst also so einen wirklich langen lauf hast du da eine Maßstabelle, dass du sagst, ich laufe jetzt da, beim Marathon kann man ja sagen, okay, ich laufe jetzt da einen Fünfer-Schnitt von mir aus. Da kann ich durchplanen, kann sagen, okay, ich laufe den Marathon in fünf Minuten am Kilometer an, laufe den durch, dann bin ich nach drei Stunden 28, drei Stunden 30 im Ziel, gut ist. Macht man das bei einem so langen Lauf, weil der Spartathlon ist ja auch, also jetzt aus Trainläufer-Sicht würde ich sagen, planbar, dass ich sage, ich kann mir eine Zeit pro Kilometer vornehmen. Ich weiß schon, dass auch Hügel drinnen sind und dass das auch heiß oder kalt sein kann, aber machst du dir so eine Maßstabelle oder laufst du einfach los und sagst, ich möchte ungefähr einen Sechser-Schnitt laufen, schau mal, wo wir rauskommen. Also, wie gehst du so ein Rennen an? Naja, eigentlich ein Ultra ist nie planbar, das ist das Erste, weil bei einem Ultra kann alles passieren, das weiß man nicht. Ja, ich plane schon meine langen Läufe und ich plane sie dann mit meinem Trainer zusammen, mittlerweile kennt ihr mich ja auch und ich kenne seine Gedanken, also was ihr denkt und ihr kennt meine Gedanken und ja, voriges Jahr wurde das geplant, also ein Spartathlon zu laufen, wie das war und dann auch heuer war das gezielt geplant, dafür trainiert. Es ist nicht heuer, heuer ist nichts glatt gelaufen, also das ist nicht so wie gewünscht gelaufen, aber deswegen ist es ja auch ein Ultra, man weiß nie, was alles passieren kann. Ja, aber grundsätzlich ich mag das Planen, weil da ich diszipliniert bin und ich brauche diese Disziplin auch beim Laufen, obwohl ich das Laufen sehr genieße, aber ich brauche einen Anhaltspunkt, weil wenn es dann bei einem Laufen vielleicht in dem Moment nicht so gut läuft, ich brauche dieses Ziel, dieses Ziel oder diese Planung, woran ich mich anhalten kann, festhalten kann und einfach das zu machen, was dann geplant wurde. Ich kann es mir nicht anderes vorstellen. Ich bin eine Streberin eigentlich, ich war schon immer eine Streberin, doch für mich ist das wichtiger als das Erländige, wie das gedacht ist. Wie hast du das dann bei diesem Jahr, also wie laufst du das an Lauf an, du laufst dann weg und sagst, meine Ziel, also mein Ziel ist, dass ich das Ganze jetzt jeden Kilometer in 5,30 laufe oder in sechs Minuten oder hast du da irgendwie eine Zeit pro Kilometer im Kopf oder? Da werden die ersten 100 Kilometer eingeplant, wie man die dann laufen sollte. Also bis zum Kilometer 80 oder 100, wenn das der Sparta-Slong ist in diesem Fall, wird das eingeplant, dieses Tempo und dann einfach weiter geplant natürlich, dass man weiß, dass man langsamer wird, aber dann wird es geplant, wie langsamer es werden sein sollte und beim Sparta-Tathlon ist ja nach dem 160. Kilometer das große Berg auf, die größte Höhenmeter und das plant man natürlich dann auch ein und ja, man schaut das Steckenprofil an und grundsätzlich wird die Zeiten und so werden eingeplant, aber man weiß auch, dass es wirklich nicht, die sind so Anhaltspunkte, man verlässt sich nicht 100%, dass es auch so wird, wie man das geplant hat. Ist das Rennen nachher, also damit ich auf das noch eingehe, ich weiß, dass du auch in deinem Blog schreibst, dass du keine Bestzeitenjägerin bist, sondern du laufst, weil es dir Spaß macht und bei so einem Wettkampf trotzdem machst du das, also planst du dir diese Zeiten, dass du sagst, okay, bis Kilometer 80, bis Kilometer 160, dann kommen die Höhenmeter, ist dann während dem Rennen auch ein gewisser Wettkampf da, dass man sagt, ich weiß, dass ich Zweite bin oder ich bin jetzt da vorne und ich bin nicht weit vorne oder keine Ahnung, kommt das dann doch mit ins Spiel während dem Lauf oder ist man dann ganz bei sich? Ich kann nicht schneller laufen als ich kann ich kann nicht besser sein als die andere, wenn die besser ist, also es ist unmöglich, ich kann alles geben, aber wenn ich nicht besser bin oder sag mal so ich laufe das, wofür ich trainiert habe, was ich denke, was ich kann und wenn dann eine andere besser ist als ich, dann kann ich nichts dafür, also ich kann nichts mehr aus mir hier rausholen, wenn jemand besser ist und ich bin schon voriges Jahr beim Spatenslohn mit Gedanken gegangen, okay, das ist die Zeit, die ich erreichen kann und ich habe nicht wirklich die anderen auf den anderen geachtet, also ich wusste, dass meine vorgenommene Zeit eine Podiumzeit ist, aber man weiß nie, wie er dann dabei ist und ob das gelingen wird, so für mich ist das wichtigste meine Zeit zu erreichen, die ich für mich erreichen kann und das zu laufen und ja heuer also ich wusste schon nach dem vorigen Jahr dass ich diese Strecke besser laufen kann und ich weiß noch immer dass ich diese Strecke besser laufen kann als ich heuer gelaufen bin also aber dass jetzt die Bestzeit wird oder nicht das ist nur ein Zufall ich weiß einfach dass ich das kann und ich vergleiche mich nicht mit den anderen und heuer beim Spartan ich hatte extra Druck wegen Camille natürlich hatte ich diesen extra Druck weil jeder hat von dem gesprochen und eigentlich habe ich mich nicht wohl gefühlt mit diesem Druck auch mit diesem Druck aber ich habe mich nicht wohl gefühlt die meiste Strecke von den Rennen in Führung zu laufen weil ich das nicht gewohnt bin ich habe deswegen gefragt mit dem Wettkampf Charakter weil wenn man die kurzen Distanzen also unter Anführungszeichen kurzen Distanzen hernimmt wie Halbmarathon Marathon 50 Kilometer alles in die Richtung ist es ja ganz oft auch ein taktisches Rennen oder was auch immer mich interessiert das dann immer je länger die Distanzen werden desto mehr ist es dann eher ein was kann ich leisten und wenn wer anderer da ist der das besser kann dann ist es okay dann ist es gut aber es ist mir auch ein bisschen egal ich finde das immer wieder spannend diesen Ansatz dass man sagt es ist dann nicht mehr ein gegeneinander laufen sondern ich gebe das Beste was ich habe und gut ist und das ist was ich anspart von zu leben weil das ist wirklich der einzige Wettkampf wo man nicht gegeneinander läuft also beim anderen U-Zerläufen habe ich doch manchmal das Gefühl dass man sich vergleicht und will besser als der andere sein dann spart man nichts ist nicht also das ist sowas von also die alle Läufer die da dabei sind die alle wollen nur ins Ziel kommen egal welche Zeit es ist das wichtigste überhaupt ins Ziel zu kommen und das Gefühl dort dieses Familiengefühl dass wir alle das voreinander wünschen es ist richtig großartig richtig großartig ja das liebe ich dort ist der Spartathlon mittlerweile auch sowas wo du sagst das ist sowas wie dein ja es klingt jetzt ein bisschen pathetisch aber dein Lebenslauf weil es gibt Leute die sagen der UTMB das ist mein Lauf oder andere sagen der Western States den laufe ich ist ist das auch sowas wie dein Lauf das ist ganz was anderes aber ich will den Lauf nicht meinen Lebenslauf bezeichnen weil ich einfach laufen mag es ist nur dass der Lauf ist wirklich sehr viel also da ist ein großer Unterschied zwischen vielen anderen Läufen die ich gelaufen bin aber ich werde nicht jedes Jahr spart von Lauf also ich plane es nochmals nächstes Jahr zu laufen und dann vielleicht in zehn Jahren wieder aber es gibt sicherlich viele andere Läufe die ich auch noch laufen möchte und neue Erfahrungen zusammen neue Gefühle zusammen nein du willst schon viele verschiedene Sachen raus probieren ich will das und das und das machen wenn du jetzt eine Saison vorbereitest bereitest du die ganze Saison jetzt davor mit dem Trainer dass du sagst wir machen das strukturiert weil dass du früher wie du angefangen hast wenn man es so anschaut und du es auch erzählt hast dann war das wahrscheinlich sehr spontan hier ist ein Lauf da ist ein Lauf da laufe ich mit und hier laufe ich mit dann habe ich Überlastungsbeschwerde dann laufe ich nicht mehr ist es jetzt da strukturiert so eine Jahresplanung was ich gelernt habe die Jahresplanung dient für nichts weil immer was passiert und man läuft nicht einmal die Hälfte was man geplant hat ich sage ich sage schon meinem Trainer okay dieses und dieses Lauf sind wichtig für mich die sind meine Haupt die möchte ich wirklich gerne laufen und dann während des Jahres ich habe immer im Kopf noch ein paar Läufe die ich gerne laufen würde und dann schaue ich mir jetzt einfach an ob das nicht ausgeht ob ich gesund bin ob das mit einem anderen passt heuer bin ich nicht einmal die Hälfte gelaufen was ich so geplant habe also der einzige geplante Lauf war Sevilla Marathon und Spartathlon dass ich wirklich gelaufen bin und die alle anderen und da waren ziemlich viele dabei also ist nichts passiert also ich könnte die nicht laufen weil ich gesundheitliche Probleme hatte auch fürs nächste Jahr ich habe drei Läufe in meinem Kopf momentan die ich sage die möchten unbedingt laufen aber ob das dann und die alle anderen also da gibt es so drei vier Läufe die sagen okay wenn das nicht dann ausgeht mit allen mit der ganzen Situation die möchte ich auch laufen und dann kann ich noch hoffen dass ich mindestens die die ich als Hauptläufe geplant habe laufen kann ja und dann schauen okay also du hast schon sowas wie wie nennen wir es mal A-Läufe wo du sagst auf die richte ich jetzt quasi die Saison aus und der Rest passiert halt je nachdem wie sich es jetzt gerade ausgeht oder halt auch eben nicht genau okay genau ja weil weil du vorher gesagt hast die 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 letztes Jahr oder na dieses Jahr es ist schon spät im Jahr aber dieses Jahr hattest du auch das als Vorbereitung auf den Spartathlon bist du die 100 Kilometer 100 Kilometer ich glaube waren das die 100 Kilometer oder 12 Stunden also ich bin ich bin 100 Kilometer die 100 Kilometer 100 Kilometer Weltmeisterschaft aber das habe ich auch ziemlich spät mich entschieden das zu laufen weil eigentlich nach dem Sevilla Marathon im Februar mein nächster Wettkampf war am 1. Juli in Bad Blumau die 12 Stunden weil ich die Monate gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und das war auch nicht geplant dieser Lauf im Juli das war spontan okay jetzt geht es mir besser ich werde es probieren ich möchte wieder einen Wettkampf laufen und dann danach hat man gesagt okay jetzt kann man die Weltmeisterschaft auch laufen aber eigentlich von Februar hinaus das ist alles so jetzt nicht so glatt gegangen und das Einzige war im Gedanken Spatetlau und was dazwischen kommt hat sich keine Ahnung weil du gesagt hast da war nichts geplant wie lange gibst du dir nach so einem Lauf eigentlich Regenerationszeit also wie lange sagt dein Körper oder sagst du dann weil der Körper sagt schneller mal ja als es dann wirklich ist wie viel Pause nimmst du dir nach einem A-Wettkampf oder nach einem großen Wettkampf ja nach diesem nach diesem Rennen also Spatetlau ich glaube die waren gute drei Wochen dass ich gute zwei Wochen dass ich überhaupt nichts gemacht habe und dann langsam angefangen und eigentlich nur erst jetzt nächste Woche steige ich wieder in Training für das nächste ein so richtig diese Woche so ziemlich lange ich lasse schon meinen Körper die Ruhe die er verdient hat also ich möchte nicht zu übertreiben ich ich denke man sollte seinen Körper bedanken wofür er geleistet hat ja ja und auch nach dem 100 Kilometer Weltmeisterschaft das war das waren so ich glaube acht bis zehn Tage dass ich auch ja es ist ja auch hast du sowas auch was eben viele Ultraläufer berichten oder nach anstrengenden vielstündigen Dingen da hast du dann danach auch so Schlafflashes also wo du irgendwie eine Woche zwei Wochen danach ganz normal arbeitest oder irgendwas von jetzt auf gleich ich muss jetzt schlafen also dass der Körper einfach sagt so so jetzt ist Zeit ja die jetzt in zwei Wochen also ohne Mittagsschlaf geht es nicht also ich schlafe wirklich ganz ganz viel nach der Welt ganz viel und du hast das jetzt so nebenbei nur fallen gelassen du bist jetzt da mal in einem Marathon gelaufen im Februar und das war so das Jahr war ein bisschen durchwachsen ich will die Zeit jetzt da nicht hinaus posaunen aber also das war schon deutlich Sub 3 also das war schon arg schnell also du 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 schreibst zwar in deinem Blog du bist Ultraläuferin und Bestzeiten sind jetzt nicht so wichtig aber also hui 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 sag ich dann so ein Viererschnitt der Marathon ich habe meinen Tränen gefragt was möglich ist ja das war eigentlich der Marathon war eher eine spontane Idee bei der es war eine spontane Idee den Marathon zu laufen wir haben wir haben eigentlich Spardaslon gefeiert mit dem mit dem ganzen Trupp da von wir mit meinen Schwingst Laufverein und mein Trainer war dabei und wir haben was gesprochen und gesagt ja vielleicht übers Winter eine gute Idee ein bisschen schneller zu werden und so ich sagte okay und dann haben wir gesagt okay im Frühling einen schnellen Marathon zu laufen und dann er hat mich trainiert also den Trainingsplan geschrieben und ich habe nie gefragt um welche Zeit es geht es war mir nur klar dass wir uns verstanden haben dass es unter drei Stunden wird aber welche Zeit genau nicht und dann ein paar Wochen vor dem Marathon habe ich ihn gefragt und was ist denn was ich jetzt laufen soll und er hat mir gesagt so bin ich gelaufen laufen wir einen Viererschnitt dann reden wir weiter okay du läufst ja für das Ultralaufteam Heusstadlwasser das ist ein Verein der hauptsächlich sich mit Ultralaufern beschäftigt es gibt dann auch Staffelläufer und Leute die kürzere Sachen laufen also auch beim Crosslauf und so findet man Leute vom ULT aber es ist halt wirklich ein Ultralaufer rein was ja sehr spannend ist und ich glaube dein Trainer ist auch beim ULT oder nein der gar hat beim Olsen nein ich denke nicht aber da sind wirklich viele gute Ultraläufer dabei wir haben ja auch den Christian Magaditz schon bei uns gehabt und auch der Christian Ulreich ist ein guter Läufer also da sind ja wirklich Granaten auch unterwegs sonst ja wir haben wirklich gute 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 dabei also du bist ja wirklich in einem Dunstkreis des Wahnsinns gefangen wenn man es ist bei den Läuferinnen und 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 neben dem dass du dort in diesem in dieser wahnsinnigen Bubble bist so kann man es ja wohl behaupten bist du nebenbei ja jetzt da auch selbstständig und bist Laufcoach und Vortragende also man kann man kann sich deinen Mindset ja auch anhören in Vorträgen und du arbeitest glaube ich auch mit Firmen und 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 Vereinen zusammen und bist eben auch Laufcoach für Menschen also wenn jetzt sich irgendjemand berufen fühlt und sagt ich möchte den Spartathlon laufen nächstes Jahr du weißt wie das geht er soll sich gerne an dich wenden glaube ich wenn du das richtig verstanden wie das geht vor allem im mentalen Bereich also ich arbeite auch im mentalen Bereich mit mental training im Sport aber auch im Leben und ja herzlich willkommen alle die 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 mit ins Team mit einem Lächeln einlaufen möchten und sich nicht geputzt dabei machen möchten und Freude haben möchten beim Sport also deine Webseite also Running Diana Diana Running Diana würde man ja sagen aber das ist deutschenglisch wischen schwierig .com verlinken wir auf jeden Fall und auch deine ganzen Kanäle dazu das heißt wenn jemand wissen will wie man quasi mit gesundem Kopf und gesunden Körper ins Ziel kommen kann soll auch bei langen Dingen aber sicher wahrscheinlich auch bei einem 10 Kilometer Lauf also du bist jetzt dann nicht nur für die für die wahnsinnigen Liga interessant sondern auch ich arbeite sehr gerne gerne mit Anfanger Einsteiger ich war ja selbst einmal so und ich weiß dass ich war auf einem sozusagen falschen Weg weil ich mich nicht ausgekannt habe und genau für die Einsteiger das ist so wichtig das richtig anzufangen damit man sich selbst nicht kaputt macht ja und dass es auch immer Spaß macht weil ich glaube das kennt jeder der ultra läuft wenn dann jemand kommt und sagt du bist mir zu schnell und für dich ist das nur ein Aufwärmen oder so ich kann ja mit dir nicht laufen gehen wo man sich denkt Leute sicher natürlich du würdest jetzt mir auf einem Marathon also du würdest schon umgezogen und geduscht sein und beim Imbiss sitzen bis ich ins Ziel komme bei deiner Marathon Zeit und trotzdem würdest du wahrscheinlich mit mir laufen gehen können und wenn wir jemanden dabei haben der noch mal eine halbe Stunde langsamer ist dann kann man trotzdem noch gemeinsam laufen gehen weil es ist halt immer noch laufen und es macht immer noch Spaß also jeder der da draußen ist und sagt ich bin zu langsam oder das geht nicht Leute das ist genau wurscht Leute die schneller sind können sich immer anpassen umgekehrt ist es doof wir müssen jetzt schauen wer schneller ist dafür gibt es Wettrennen da kann man das dann machen dann läufst 10.000 Meter auf Geschwindigkeit dann wisst wer schneller ist aber wenn man gemeinsam um Wochenende laufen geht ja den Sieg schenke ich du sagst ja auch du laufst um zu finden nicht um weg zu laufen weil das war mir ganz am Anfang schon du was findest du beim Lauf aber so langen Läufen hörst du Musik bist du dann nur bei dir denkst du nach hört es irgendwann auf mit dem Denken also was geht in dir vor beim Laufen ich denke eigentlich viel nach wenn ich laufe Musik speziell in der letzten Zeit sehr wenig weil sowieso bei den meisten starken Läufen Musik ist verboten also man kann das nicht benutzen weil die Straßen nicht abgesperrt sind viele sagen dass die Läufer die Wahnsinnigen die laufen von etwas weg und so weiter für mich ist es mehr mich selbst besser kennenzulernen mit meinen Gedanken zu sein und zum herausfinden wer bin ich denn eigentlich als Person was ich so im Leben gerne mache und ja so mehr tiefer hinein in mir einzuschauen und meine Ansicht an Leben ja und es tut gut weil in Hektik im Alltags Hektik man vergisst sehr oft warum man überhaupt auf dieser Welt ist und was man so tut zu finden zu finden das bessere Ich zu finden Okay ich finde es sehr spannend weil wenn du sagst du denkst dann sehr viel nach hört das dann irgendwann auf während dem Laufen oder hast du wirklich immer was zu denken auch wenn es lange geht Man kann ja nicht immer nur denken ich genieße wirklich die Natur sehr und speziell wenn es dunkel dann ist dann mag ich einfach mit der Ruhe und die Gelassenheit in die Ruhe und Gelassenheit mich einzutauchen und einfach nichts zu denken und genießen dass die Welt ruhig ist und ja nein man kann nichts immer denken natürlich nicht nein ich spiele manchmal Musik in meinem Kopf ich singe was mit mit Flo oder auch mit anderen gerade im Trail auch unterhalten es gibt Menschen die genießen die Natur und viele sagen dann einfach du konzentrierst dich einfach nur auf Essen laufen trinken essen laufen du denkst eigentlich gar nicht mehr an viel sondern einfach nur dass du weiter kommst und einen Schritt vor den anderen also du bist sehr im jetzt also da ist nicht mehr viel was du denkst und deswegen ist es immer so spannend wenn man hört ja ich genieße es auf die nächste Station mit Menschen zu reden aber dann freue ich mich wieder allein zu sein und einfach was ich beim Laufen sehr gern mache ich genieße meinen Schatten ich mag meinen Schatten anzuschauen und mich laufen zu sehen eigentlich ich betrachte mich sehr oft von Außenseite mich als Läuferin begleite mich irgendwie so zu sagen schwierig zu nicht schwierig zu beschreiben ich begleite mich einfach also du schaust dir selber beim Laufen zu quasi ja das ist ein schöner Gedanke nicht nur beim Rennen ich denke dass eigentlich der Mensch sollte sich nicht nur beim Laufen öfters zu sehen aber auch sich manchmal selbst im Alltag zu sehen wie der ist und wie sein Zuhause ist und ein bisschen auch damit sich damit selbst zu beschäftigen ja ist eine andere Welt ist auch sehr sehr spannend vor allem bist du dann auch geneigt so Dinge also irgendwie für dich selber Abenteuer zu machen weil du vorhin gesagt hast auch also wenn du sagst du beobachtst dich selber beim Laufen du genießt es einfach du gehst wirklich in diesem Laufen auf ist es dann etwas wo du sagst du willst auch mal quer durch Österreich laufen oder du möchtest von hier nach Spanien laufen weil warum auch nicht oder also selbst geschnitzte Abenteuer oder machst du das gerne in einem geschützten Rahmen eines Wettkampfs also brauchst du den Wettkampf auch oder hast du auch so eigene Wettkampf ich würde gerne einmal von Österreich nach Lästern laufen ich habe es mir schon überlegt was hält dich davon ab zu laufen ja ich bin faul zu organisieren da muss man ein bisschen vor planen das spricht ja auch für Wettkämpfe das ist ja auch wenn man sagt ich bin ich muss jetzt nicht um Zeiten laufen aber ein Wettkampf hat ja auch den großen Vorteil jemand anderer organisiert halt alles also ich verstehe das voll und ganz dafür ist man dann halt auch an den Wettkampf gebunden ja das stimmt auch aber ich denke vielleicht wenn dann meine Töchter größer ist dann und wenn ich mir ein paar Wochen Zeit nehme oder mehr dann könnte ich schon einmal einfach loslegen auch alles zu planen man muss nur den Weg einspeichern wenn wenn die Tochter alt genug ist wenn die Tochter alt genug ist ihr den Führerschein zahlen und dafür muss sie Supporter sein das ist eine gute Idee finde ich für den Führerschein machen Teenager total viel das stimmt ja tja ich sehe das schon in ein paar Jahren kriege dann einen Brief mit du hast das meiner Mutter gesagt ich muss jetzt immer Supporter sein zwei Sachen hätte ich noch bei mir auf der Liste stehen die mich interessieren gerade jetzt bei 12 Stunden 24 Stunden Spartatlan als bei den langen Dingen da gibt es ja die unterschiedlichsten Ernährungsstrategien isst du Pizza oder Gels also feste Nahrung Flüssignahrung Gels gemischt Schweinshaxe man weiß es nicht na ich ernähre mich meistens mit Gels und Isau und dann ich mag Soletti die Brötchen und ich mag noch Reis oder Kartoffeln aber sonst ich hatte mich eigentlich ich habe schon am Anfang angefangen mit Geld Strategie und ich ernähre mich auch mit der Sache ja sonst Kartoffelpüree und Reis wenn dann Hunger eintrifft dann vertage ich das auch gut und dann fülle ich mich auch satt das das funktioniert glaube ich auch das funktioniert auch auf lange Zeit dass man es bei sich behält dazu ein Nachsatz den wir jetzt einfach jeden fragen müssen Cola ja oder nein ich brauche es nicht ich trinke kein Cola bei mit ich trinke akkofreies Bär das habe ich gern auch sehr gut ok das wird den einen oder anderen durchaus freuen und dann was mich dann noch interessieren wird ist hast du Läufe die wirklich auf deiner Bucketlist sind was sagst den möchte ich unbedingt mal machen keine Ahnung von mir aus den Badwater Ultra oder ein Marathon in der Arktis oder keine Ahnung also da gibt es ja die interessantesten Lebensziele dass man sagt die fünf Läufe möchte ich machen naja Badwater und Bartley oh 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 das sind aber das sind aber sehr sehr unterschiedliche Läufe also der Badwater und der Bucky sind ja 101 also das eine ist Hitzeschlacht und das andere ist genau das Gegenteil wir hatten die Marina Colasa wir haben wir haben mit dem Christian und mit der Marina jeweils schon einen Kandidaten da gehabt und das sind beides ja richtige Trocken also ich bin ich bin sehr gespannt das würde mich schwer begeistern bist du so gut im Navigieren also wenn man also der Badwater ist navigationsmäßig relativ easy eine Straße eine Wüste lauf sie entlang aber beim Buckley der ist ja puh navigationstechnisch hart genau und ich bin echt schlecht in Navigation und deswegen möchte ich den Lauf machen weil ich denke dass es wird eine sehr schwere Herausforderung für mich schau ich bin jetzt auch gelaufen weil ich sagte ich kann niemals bei der Hitze laufen so ich wollte eine schwere Herausforderung und Barkley ist etwas was ich schon sehr ziemlich lange in meinem Kopf habe weil ich denke der Lauf kann ich nicht beenden aber ich möchte es gerne probieren und ja also wenn der Lesserus Lake zuhören sollte also die Dame hier vielleicht ist es die ja richtig aber vielleicht ist die Dame dann die erste das schafft die fünf Runden weil sie sucht ja immer die Herausforderung und den Spartathlon den hat es ja schon gewonnen zweimal bei mir lautet das Motto das Unmögliche möglich zu machen also warum nicht ja und es funktioniert ja offensichtlich also ganz besser kann man das ja quasi nicht beweisen ja aber das sind mal wirklich große Ziele das heißt du hast jetzt da wirklich dein Leben so ganz dem Laufen verschrieben also nicht nur der eigenen sportlichen dem eigenen sportlichen fortkommen sondern mittlerweile bist du auch wirklich ist es auch dein Beruf dass du das weitergibst und und mental coaching machst und laufcoaching und so weiter und so fort ja aber ob ich jetzt mein ganzes Leben weiterlaufen werde muss nicht unbedingt sein weil viele denken dass Laufen mein Leben ist ist aber nicht so das muss nicht so sein denke ich es hat nicht die Priorität in meinem Leben aber es macht wahnsinnig viel Spaß für mich und ich denke dass die Sachen die Spaß machen für einen Menschen machen die muss man dann einfach für die muss man für sich Zeit nehmen und ich denke dass in dem Moment wo das Laufen mir keinen Spaß mehr machen wird werde ich das auch aufhören aber das heißt nicht dass ich meinen neuen Beruf aufhören werde das sicherlich nicht weil ich fühle mich mit Sport verbunden und ich sehe und möchte mich bis zum Pension machen optimal weise wer so lange bis zur Pension oder weiter auch laufen kann also da gibt es ja also die wirklich guten ausdauernden Athletinnen laufen ja bis zur Pension und weiter weil dann weiß man auch die machen das in einem gesunden Maß und verbrennen sie nicht in zwei Jahren oder in drei sondern die haben wir auch wirklich Spaß und die haben eine Motivation es immer weiter zu machen und nicht nur einmal schnell die Ersten zu sein und dann sagen okay abgehakt ich mache jetzt was anderes aber es ist ein ich glaube das ist einfach ein super das klingt super pathetisch aber es ist ein richtig gesunder Zugang zu dem Ganzen dass man sagt ich mache es weil es mir Spaß macht und solange ich dafür brenne mache ich es einer der besten Zugänge den man haben kann ja wie wenn jetzt noch jemand zu dir finden möchte als Trainerin oder sagt hey ich will wissen wie man wie man das im Kopf hinkriegt oder ich will das in meiner Firma verbreiten weil ich finde das so faszinierend wie kommt man zu dir momentan ich habe nur die eine Webseite die rannigdiana.com weil meine berufliche Webseite noch nicht ganz fertig ist ich arbeite dran aber auf der rannigdiana Webseite da hat meine Kontaktdaten und man kann sich dann kontaktieren ja perfekt das werden wir auch teilen also jeder der sagt okay ich will das auch machen ich will auch in diese Richtung gehen oder ich will es mir mal anhören geht auf diese Webseite kontaktiert sie da könnt ihr was lernen gut ich bin mit meiner Liste soweit fertig weil ich will dich jetzt auch nicht noch drei Stunden vor das Mikrofon fesseln hast du noch etwas wo du sagst das würdest du gerne allen mitgeben die zum laufen angefangen haben beachtet das der eine tipp den ihr immer schon mal haben wolltet ja nicht den anderen nachrennen sondern an sich selbst beachten also acht am Salz auf sich selbst und Spaß dabei haben nicht verbissen weiter laufen wenn es nicht geht geht es einfach nicht einen anderen Tag wird es besser gehen ja das ist glaube ich sehr versöhnlich für jeden gut dann würde ich sagen ich sage herzlichen herzlichen Dank vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Lauf beim Marathon nicht weil da bist uns einfach zu schnell vielleicht bei so einem 24 Stunden Lauf weil der geht immer im Kreis also da kann man dann eine Runde mitlaufen und dann sagt man wieder okay es hat mir sehr viel Freude gemacht vielen vielen Dank alle die es jetzt mitbekommen haben eine Rande und jetzt der Flo musste leider kurzfristig mittendrin aufbrechen weil sein kleiner krank ist und nach ihm verlangt hat also seid ihm nicht böse und seht es ihm nach aber ich glaube wir zwei haben das ganz gut zu Ende gebracht ich hoffe keiner ist eingeschlafen na 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 also bei so einer spannenden Geschichte glaube ich nicht dass irgendjemand eingeschlafen ist dann vielen vielen Dank und bis demnächst danke dir tschü ich danke tschüss tschü tschü sie e d tschü 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 tschü